Musik Damit begrüße ich Sie recht herzlich bei WMZ TV. Nach dem generellen Tempolimit auf der A13 zwischen dem Spreewald-Dreieck und Berlin fordert die IHK Cottbus eine weitere Fahrspur. Aus Sicht der Wirtschaft würden das Tempolimit und das Überholverbot für Lkw die eigentlichen Probleme der A13 nicht lösen. Außerdem sei ein Großteil der Strecke baufällig und bereits auf Tempo 80 bzw. 100 begrenzt. Die Politik sollte dringend den Bau einer zusätzlichen Fahrspur in beide Richtungen vorantreiben. Nur eine sechsspurige Autobahn zwischen dem Schönefelder Kreuz und dem Dreieck Spreewald werde zu weniger Staus führen und Unfälle vorbeugen, so die IHK. Senftenberg wird grüner. Im Auftrag der Stadt werden noch bis Ende Februar 70 neue Bäume im Stadtgebiet gepflanzt. In Abstimmung mit der Naturschutzbehörde des OSL-Kreises werden beispielsweise knapp 50 Linden, aber auch zwei Amberbäume unter anderem an Straßen und Einrichtungen in die Erde gebracht. Für die Nachpflanzung einer Linde im Schlosspark haben zwei Baumfreunde, die anonym bleiben wollen, eine Patenschaft übernommen. Die Stadt bedankt sich für die Unterstützung und hofft, dass sich weitere Senftenbergerinnen und Senftenberger für eine Baumpatenschaft begeistern können. Noch einmal hat der Bau des Radweges an der Ortrander Straße begonnen. Das meldet die Stadtverwaltung. Derzeit laufen sogenannte bauvorbereitende Maßnahmen. Die aktuelle Baustelle erstreckt sich von der Brücke Hammergraben bis zum Kreisverkehr. Der Straßenverkehr wird während der Arbeiten durch eine Ampelanlage geregelt. Ist der komplette Radweg vollständig fertiggestellt, verbindet er den bestehenden Abschnitt an der Hammergrabenbrücke mit dem Abzweck Wilhelm-Oberhaus-Straße. Ende August soll die Trasse komplett fertiggestellt sein. Auf der Landstraße L60 bleibt der Abzweig in Richtung Klein-Leibisch länger gesperrt als ursprünglich geplant. Der betroffene Kreuzungsbereich ist nun bis zum 29. März 2019 nicht nutzbar. Die bestehende Baustellenumfahrung zwischen Lauchhammer und Lichterfeld ist davon jedoch nicht betroffen. Laut LNBV gab es nach Verdichtungsarbeiten Absenkungen in der Straße und Risse im Asphalt. In den kommenden Wochen soll der Straßenkörper deshalb geotechnisch untersucht werden. Berufe mit Zukunft präsentiert die Campusschule am Familiencampus Lausitz in Klettwitz. Dazu lädt sie zu einem Tag der offenen Tür am 2. März von 10 bis 14 Uhr. Das Schulpersonal und die Lehrerinnen und Lehrer geben Einblicke in die Ausbildungsberufe in der Gesundheits- und Krankenpflege, in der Alpenpflege und zum operationstechnischen Assistenten. Zudem informieren sie über die ab 2020 geplante Zusammenlegung von Pflegeausbildungen. Besucher können am Sonnabend Schnupperunterricht erleben, das Campusinternat kennenlernen und bei einer Campusführung dabei sein. Der Landkreis OSL erhält 20.000 Euro vom Land für die Förderung von Integrationsprojekten. Unterstützt werden sollen damit die Willkommenskultur und Willkommensinitiativen in den Kommunen vor Ort. Anträge stellen können Sie bis zum 22. März 2019. Mehr dazu finden Sie unter osl-online.de Unbekannte haben der Nacht zum Montag eine Fassade in Schwarzheide beschmiert. Unter anderem sprühten die Täter in der Naundorfer Straße einen etwa 1,60 mal 1,60 großen Davidstern an die Wand, die Kriminalpolizei ermittelt. Ein 27-jähriger Fahrradfahrer wurde Montagvormittag in Senftenberg verletzt. Der Mann hatte in der Briska Straße die Straße überquert und wurde von einem Pkw erfasst. Der Radfahrer kam in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Das war Seenland Aktuell. Liebe Zuschauer, in den kommenden Minuten dreht sich bei uns alles um American Football und um das aktuelle Kinoprogramm dieser Tage. Ich wünsche Ihnen wieder gute Unterhaltung. Untertitelung.info